Weißt du noch wie es war im letzten Sommer? Wir gingen am Strand spazieren. Da war ein Mann mit einer Gitarre und ein Trompeter. Wir hörten zu wie sie spielten. Und dann fingen wir an zu tanzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und was ist jetzt Corona?